Hallo liebe Aktienfreunde und willkommen zu den News der Woche. Mein Name ist Franz Lützelberger und das sind unsere heutigen Themen. ASML mit Kursschwäche nach Quartalszahlen Die Elefantenhochzeit Microsoft übernimmt das Branchenschwergewicht Activision Blizzard. Procter & Gambles Quartalszahlen kommen gut an. Unilevers Übernahmeangebot wird abgelehnt. Düstere Zeiten für QWAC. Viel Spaß! Der weltweit führende Anbieter für Lidografiesysteme ASML aus den Niederlanden veröffentlichte nun seine Q4-Zahlen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 260 Milliarden Euro ist ASML der wertvollste Tech-Konzern Europas. In der Europäischen Union gilt der Konzern inzwischen als größter technologischer Trumpf des Kontinents. Das Wachstum der Halbleiter-Endmärkte und die zunehmende Intensität der Lidografie treiben die Nachfrage nach den Produkten und deren Dienstleistungen. Es kämen Aufträge ohne Ende. ASML könne die Orderflut kaum noch bewältigen. Vorstandschef Peter Wenning sagte dazu, die größte Herausforderung, die wir derzeit sehen, ist, dass die Nachfrage unsere Kapazität deutlich übersteigt. ASML könnte 40 bis 50 Prozent mehr Anlagen verkaufen, wenn der Konzern nur das nötige Personal und die Fabriken hätte. Um die Maschinen nun schneller auszuliefern, würden nun die finalen Tests und die Abnahme von nun an bei den Kunden vor Ort erfolgen, erläuterte Wenning. Die Folgeumsätze, die normalerweise im ersten Quartal verbucht würden, kommen jetzt später. Daher würden die Erlöse zu Jahresbeginn im Vergleich zum Vorquartal um fast zwei Milliarden schrumpfen. Ebenfalls würden sich am Jahresende Umsätze ins Jahr 2023 verschieben. Allerdings sagt er auch, die Chip-Nachfrage ist unersättlich. Bis Ende des Jahrzehnts wird sich die Branche verdoppeln. Verdoppelt hat sich jedenfalls auch die geplante Dividendenausschüttung an die Aktionäre. Ebenfalls begleitet von massiven Aktienrückkäufen 2021 im Wert von 8,6 Milliarden Euro. Aber schauen wir nun einmal auf die vorgestellten finanziellen Kerndaten. Und hier sind die Prognosen der Analysten von Marketscreener.com, die im Vorfeld abgegeben wurden. Und nun blende ich mal die veröffentlichten Zahlen ein. Der Umsatz ist mit 18,6 Milliarden Euro stark gestiegen, verfehlte allerdings die Erwartungen knapp. Das EBIT und der Gewinn hingegen konnten überzeugen. Die Margen wurden zum Vorjahr deutlich gesteigert. Das EBIT bzw. die EBIT-Marge beträgt nun starke 36,3% und die Nettogewinnmarge 31,6%. Damit erhöht sich der Earnings per Share auf 14,36% und wie zuvor erwähnt erhöhte sich die Dividende ebenfalls auf starke 5,5 Euro je Anteil. Damit sieht die Entwicklung der fundamentalen Daten schon mal recht beeindruckend aus. Und wenn man sich die Vorjahre anschaut, konnte sich die Profitabilität des Konzerns auch deutlich steigern. Allerdings sticht ebenfalls das zunehmende Fremdkapital ins Auge. Die aktuelle Eigenkapitalquote beträgt nur noch 29,8%. Laut dem Vorstand wurden ebenfalls Ziele für 2025 herausgegeben. So soll der Jahresumsatz um ca. 24 Milliarden bis 30 Milliarden betragen und die Bruttomarge zwischen 54 und 56% liegen. Anleger schickten die Papiere von ASML zunächst nach unten, was den aktuellen Abwärtstrend bestätigt. Man sollte allerdings auch den Fokus etwas erweitern. Die Aktien waren seit 2020 sehr heiß gelaufen und entflohen dem Fernwert immer stärker. In dieser Grafik vom Aktienfinder sieht das Kursniveau jedenfalls eher nach einer Korrektur aus und stellt immer noch kein Schnäppchen dar. Für interessierte Anleger könnte das aktuelle Niveau allerdings spannend sein. Ein Erdbeben erschüttert die Gaming-Welt. Absolut überraschend verkündete Microsoft am 18.01. die Übernahme von Activision Blizzard und damit ein absolutes Schwergewicht in der Branche. Für die Summe von 68,7 Milliarden Dollar will man zum drittgrößten Anbieter der Gaming-Industrie werden, direkt hinter Tencent und Sony. Vor kurzem berichteten wir noch über die Skandale von Activision Blizzard vor allem rund um den amtierenden CEO Bobby Kotick, der zur Überraschung nun auch CEO der Abteilung bleiben soll. Diese soll lediglich Microsoft Gaming unterstellt sein. Nach der massiven Kritik von Microsoft Gaming-CEO Phil Spencer an Activision Blizzard wollte man die Zusammenarbeit eigentlich bedenken und drohte sogar indirekt mit Boykott. Und wieder zur Überraschung vieler Journalisten schlug Spencer vor zwei Wochen allerdings wieder freundlichere Töne an. Man wolle die Firma ja nicht an den Pranger stellen und wäre quasi auch nicht frei von Sünde. Nach Bekanntgabe des Übernahmeangebots erscheint dies natürlich in einem ganz anderen Licht. Für Microsoft bedeutet dies eine massive Erweiterung seines Abo-Modells Game Pass um viele starke IPs wie Diablo, Warcraft, Overwatch, Starcraft oder auch Candy Crash. Und bereits im vergangenen Jahr sicherte sich Microsoft mit Zenimax Media für 7,5 Milliarden Dollar ebenfalls ein Schwergewicht der Branche und damit bekannte Marken wie Doom oder The Elder Scrolls. Damit erhöht sich der Druck an die Konkurrenz deutlich, vor allem Sony bekommt dies deutlich zu spüren. In einer Mitteilung an das Wall Street Journal ließ Sony nun ausrichten, dass man immer noch daran glaube, dass viele Activision Blizzard Spiele weiterhin Multiplattform-Titel bleiben. Bedingt durch das vertragliche Vereinbarungen geschlossen wurden, die auch unter dem neuen Besitzer eingehalten werden müssten. Die Börse teilt Sonys Optimismus allerdings nicht, denn die Aktie der Japaner verlor am Zuge der Deal-Verkündung satte 13% am Wert. Und nun zu dem Teil, der für Aktionäre von Activision Blizzard interessant sein dürfte, die Bedingungen des Deals. Offenbar will Microsoft die Aktionäre komplett mit Cash entschädigen und bot 95 US-Dollar je Aktie. Die Verhandlungen sollen spätestens im Q2 2023 abgeschlossen sein. Das bedeutet, dass man für jede Aktie im Depot zum Abschluss des Deals die genannten 95 US-Dollar auf sein Verrechnungskonto überwiesen bekommt. Daher stieg nun mal auch der Kurs von Activision Blizzard rasant auf über 80 US-Dollar an, während sich Microsofts Kurs unbeeindruckt zeigte. Und wer sich nun fragt, warum sich der Kurs nicht auf 95 gesteigert hat, das liegt eben hauptsächlich an dem Risiko, dass der Deal noch scheitert. Beispielsweise, wenn sich einer der Vertragspartner wieder aus dem Deal verabschiedet oder was noch viel wahrscheinlicher wäre, dass zum Beispiel die Anti-Kartellbehörde etwas dagegen macht. Also ganz in trockenen Tüchern ist das also noch nicht. Daher bleibt für Anleger nur das Szenario zu warten, bis man seine versprochenen 95 Dollar erhält oder eben mit Abschlag schon vorher zu verkaufen. Der US-Konsumgüter-Riese Procter & Gamble erhöht nach einem überraschend starken Quartal seine Umsatzprognose für das noch bis Ende Juni laufende Geschäftsjahr. So soll auch das organische Wachstum um 4 bis 5 Prozent anziehen. Zuvor hat man noch mit 2 bis 4 Prozent gerechnet. Schuh brachte vor allen Dingen das Geschäft mit Haushalts- und Gesundheitsprodukten. Dabei sind eben auch Erkältungspräparate dabei, die in diesem Quartal wirklich stark verkauft wurden. Hier sehen Sie übrigens die getätigten Prognosen der Analysten von Marketscreener.com. Und jetzt blende ich mal die Daten ein von Procter & Gamble. Der Umsatz übertraf mit 20,9 Milliarden, die Erwartungen und der Gewinn übertraf trotz gestiegener Kosten ebenfalls leicht die Prognosen. Die Anleger honorierten diese Meldung mit einem deutlichen Kursanstieg. Wenn man jetzt allerdings mal in den Aktienfinder schaut, ist das Papier allerdings sportlich bewertet. Und der Konzern tut wohl gut daran, seine gesteckten Ziele auch zu erfüllen. Der britische Konzern Unilever will die Konsumgüterspatte des Pharma-Riesen KlaxoSmithKline, also GSK, übernehmen. Unilever hatte dafür rund 50 Milliarden Pfund angeboten. Umgerechnet sind das 60 Milliarden Euro. Die Konsumgüterspatte von GSK würde strategisch sehr gut passen und könnte eine Wachstumsplattform schaffen, teilte Unilever mit. Zur GSK-Konsumgüterspatte gehören unter anderem Produkte wie die Sensodyn-Zahncreme Dr. Best Zahnbürsten, auch die Voltaren-Schmerzsalbe oder Nahrungsergänzungsmittel der Marke Zentrum. Das erste Feedback von Investoren auf diese Offerte von Unilever sei durchweg negativ gewesen. Also die Anleger straften dies auch mit dem Blick auf den Aktienkurs. GSK teilte übrigens mit, dass es schon drei Angebote von Unilever erhalten habe, zuletzt eins am 20. Dezember. Da habe man noch 41,7 Milliarden Pfund geboten. Und mit diesen rund 50 Milliarden Pfund, die es nun umfasst, würde die Spatte immer noch unterbewertet sein. Also es wurde dementsprechend abgelehnt. Hintergrund des Ganzen ist der Plan von GSK, den Consumer-Bereich vom Pharma-Bereich abzuspalten und diesen an die Börse zu bringen oder zu verkaufen. Nun ist eben ein separater Börsengang der Spatte das wahrscheinlichste Szenario und Unilevers Kurs konnte sich jedenfalls jetzt wieder etwas erholen. Gleich mehrere Meldungen verdunkeln die Aussichten für Q-Bag auf ein erfolgreiches Jahr. Das Tübinger Unternehmen gab zum einen bekannt, auch 2022 keinen Impfstoff auf den Markt bringen zu können. Das klinische Studienprogramm für einen Covid-Impfstoff der zweiten Generation, an dem Q-Bag in Kooperation mit dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline arbeitet, hat sich in den vergangenen Wochen weiter verzögert. Ebenso verlässt nun die Technologiechefin das Unternehmen. Sie arbeitete seit 2006 bei Q-Bag und will nun in Polen ihr eigenes Unternehmen außerhalb der Biotechnologie aufbauen. Und dies ist nun der fünfte Wechsel des Vorstands innerhalb der letzten anderthalb Jahre. Also kein gutes Signal. Hinzu kommt auch, dass der Q-Bag-Pate und SAP-Gründer Dietmar Hopp wohl ein Aktienpaket verkaufen wird. Hopp hält aktuell 46% des Unternehmens und ist seit 2005 investiert. Dieser Verkauf geschieht zwar im Zuge eines Umbaus seiner Holding zu einem reinen Familienunternehmen als einer Familiengesellschaft, könnte aber der fehlende Funke für einen Flächenbrand sein. Anleger sollten auf jeden Fall die Augen offen halten und Vorsicht walten lassen. In diesem Sinne hoffe ich mal, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt News der Woche. Tschüss und schönen Samstag noch. Musik Musik Musik